Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir haben hier eine Quest bekommen von Andin Jumsli von der Drachengarde und wir müssen Ork Warlord erledigen. Das müssen wir suchen. Genau da. So weit hinten ist das. Alles klar, da müssen wir dann wahrscheinlich rein. Hier müssen wir die Orks jetzt erledigen. Aber ich hoffe, die haben auch gut an Items. Wir gehen erstmal hier rum. So, dann schauen wir mal. Du bist kein Ork. Jo, die hat aber vielen geilen Stuff mit dabei. Ah, hier der Schweinebeermann. Du bist jetzt aber... Ah, okay. Den haben wir direkt gefunden. Daedric Flail. Boah, wir finden die immer mehr. Die daedrischen Sachen. Das heißt, Gold werden wir noch mehr ordentlich verdienen. Wie sieht es eigentlich mit meinem Level aus? Da. 13% haben wir bis zum 13. Level. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen skillen. Noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. So, dann fehlt noch die Tür. Und hier ist nichts. Ja gut. Gehen wir mal hier runter. Hier geht es auch noch weiter. Aber wir bleiben erstmal hier in dem Gang. Vielleicht war das jetzt ein Fehler. Oh, ein Inventar. Hier. Muss vielleicht doch nochmal nach oben. Einmal alles entladen. Was habe ich vergessen jetzt hier rauszunehmen? Achso, die 12.000 Gold. Die habe ich vergessen. Hätte ich auch in der Bank einlagern können. Das machen wir gleich. Wir bleiben erstmal hier. So. So. Und hier nochmal. Naja, Pochnerosite brauchen wir nicht. Das sind aber alles keine Orks. Es hieß, hier sind nur Orks. Und es sind immer noch keine Orks hier. Also nur der eine Ork Warlord. Finde ich schon komisch eigentlich. Ah, ey. Baut der mich einfach. Ja, okay. Ich hau die auch. So, wo sind wir jetzt? Ah, okay. Wir sind wieder hier. Und unten habe ich noch den Raum vergessen. Gehen wir da einmal noch durch. Autsch. Machen wir mal so. Ich dachte, da war Bart. Mal schauen, was wir hier sonst noch finden. Oh. Oh, komm. Alles klar, wir sind schon wieder voll. Sonst haben wir hier nichts. Okay, dann gehen wir noch einmal wieder hoch. Äh, hier war es hoch. Hä? Da lang. Und dann wieder hier. Ne. Hier. Genau. Und dann war das hier. Da lang. Jo. Dann können wir hier das einmal alles wieder rausschmeißen. Hier haben wir nichts. Es ist wirklich sehr viel Stuff, das wir haben. Wie viel ist das jetzt nochmal wert? Kann man nichts sehen. So, dann fehlt hier nur noch genau hier geradeaus. Ist da vielleicht eine geheime Tür für so einen kleinen Raum? Ne. Okay. Okay, hier gibt's. Alter, hier geht's auch noch wieder runter. Ich finde es immer noch faszinierend, wie riesig eigentlich diese Dungeons hier sind. Und es sind schon heftige Labyrinthe auch teilweise. Hier geht's nochmal wieder runter. Komme ich hier gerade an? Achso. Hier war ich schon mal. Okay, wo geht's denn? Hier lang? Nochmal ein paar Särge, aber sonst nichts zu looten. Ich bin hier nochkiem. Hier hin. Hier irgendwo höre ich noch. Hier her. Hieralam. Hier. Hierja. Hier. 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 So, mal schauen, wo fehlt denn noch was? Hier oben. Heißt das für uns, wieder zurück und den anderen Weg nach oben suchen. Dann können wir hier nach links diese Tür. Okay, dann war es das eigentlich hier im Grunde. Mehr haben wir hier jetzt auch nicht. Ich sehe hier jetzt gar nichts. Doch, da hinten. Da hinten fehlt noch. Da müssen wir noch mal hin. Jo, die hält aber viel aus. Nice, noch mehr Stuff. Hier ist soweit alles leer. So, und dann war es das jetzt, glaube ich. Alles klar, dann können wir uns einen Weg wieder zurücksuchen. Ne, da unten ist keine Geheimtür. Hier haben wir eine Tür vergessen. So, wie kommen wir jetzt am besten zurück? Wenn wir hier gerade aus, dann so, da hin. So, das ist die Tür, die wir vergessen haben. Okay, dann können wir eigentlich gehen. War doch hier, glaube ich, der Ausgang. Genau. Jo, da haben wir es. Und zurück nach Daggerfall. Was sagt die Uhr? 7.10 Uhr. Okay. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht handeln. Oder bin jetzt auch nicht ein Werwolf geworden. Oh, wir gehen nach Richtung Süden. Dann müssen wir hier entlang. Wir müssen jetzt das Besschen gleich abgeben. Oh, ich mache die Musik. Wir sind jetzt zu weit. Da, ist aber ein Laden. Ah, okay, warte. 4 Spunken. Und hat davon hat der hier was? So. Ich hoffe, diesmal kriegen wir wirklich ein bisschen mehr Kohle von dem. 23.900. Warum kriegen wir so wenig von dem? Wie die auf einmal hier vor mir stand. Ah, erstmal Christ abgeben. Verkaufen können wir gleich einmal. So. The Orc Manage has been stricken from Daggerfall in all hell Maxdeus 2nd. So. Maxdeus 2nd. By virtue of unparalleled devotion or legendary personal prowess, we of the Knights of the Dragon are honored to offer you the title of Paladin. Of the Knights of the Dragon. The title of Paladin is the highest honor. The Knights of the Dragon recognizes but your pride in you knows no bounds. For many of us you are the ideal to which is aspire. Paladin. Nice. Sind wir Paladin geworden. Schon wieder. You have already received your armor for your current rank. When you achieve a higher rank in the order, I will give another fine piece of armor. Wie jetzt? Muss ich vielleicht einmal raus? Und wieder rein? Okay, kriegen wir nicht noch einmal. Das wäre schön gewesen, aber kriegen wir dann doch nicht nochmal. Dann haben wir einmal die Dädritsche Rüstung von dem bekommen und für jeden Rang können wir wahrscheinlich insgesamt nur einmal was bekommen. Und das war's dann auch. So. Und hier nochmal. dann haben wir hier nichts mehr. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich hier nicht haben will, braucht wie auch immer. No, dann kann ich die Kohle da eben reinpacken. So, Deposit. 40 1 2 1 1 enter. Jetzt sind wir bei 800 2000 Gold. Bald haben wir die Million. Wir können nochmal reinfrauen. Wie sieht's hier aus? Mit Rüstung und so weiter. mit riehl mit riegel haben war so was haben wir hier ich hoffe der hier wird hier nicht auch nicht so der maize den brauchen wir gar nicht schade dass die so wenig haben aber ich würde sagen wir gehen vielleicht noch mal hier nach osinium ich habe irgendwie bock zu schauen ob da vielleicht irgendwie was neues dazu kam okay mal gucken vielleicht können wir die leute hier auch besuchen okay hier ist direkt so einer ist aber kein ork hier wird der hat sogar eine questions what can i do for you rodane wicksmith regional any temple of okay was gibt es denn hier so welcome to my home das ist ein schönes haus so ein hätte ich gerne so würde ich auch gerne leben wollen so ein haus haben okay aber die neue mit dem fluren und so weiter sind sind schon sehr komisch gemacht worden muss man sagen die gabe wir gehen dann mal rein wir müssen ja nicht jeden hier besuchen und voll quatschen aber ich würde gerne wissen ob wir hier vielleicht jetzt mal was neues bekommen an quests der wird uns wahrscheinlich gleich angreifen wollen hä äh äh nein alles weg ach nee muss ich wieder von vorne alles da drinnen machen weil ich nicht gespeichert habe ich habe einfach vergessen habe zu speichern und wahrscheinlich weil wir wieder handeln müssten hier ist der gut haben wir erledigt ach nein was ne scheiße sorry so aber das nehmen wir auch noch mit alles gerade umsonst gemacht hier aber egal habe jetzt auch keine lust da das alles nochmal abzusuchen dann geben wir die quest hier einmal ab verkaufen das was wir jetzt eben kurz schnell gesammelt haben und dann machen wir uns noch einmal auf den weg nach osinium denn ich will wirklich wissen ob wir da jetzt wieder irgendwie was neues bekommen ach so wir müssen nach norden erst mal und jetzt haben wir nicht nur die 800 riesen er ist ja wirklich schön zu wissen dass wir jetzt auch mal weiter kommen oder wie lange wir hier warten müssen obwohl warte bevor wir den brief abgegeben hatten waren wir doch bei medora und nachdem wir den brief abgegeben hatten waren wir ja nicht mehr bei ihr und auch nicht noch mal bei den orks müssen wir das vielleicht jetzt noch mal machen warte mal haben wir ok das haben wir die ja egal wo wir hier jetzt eben schnell verkaufen vielleicht hat er jetzt die Sachen, die ich haben will. So. Jo. Auf den ganzen Rest habe ich jetzt keine Lust, da jetzt nochmal zu sammeln, durch zu rushen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Verstehen und so. Hätte ich einfach nur zu speichern sollen. Für den habe ich aber auch noch was. Und warum haben wir nichts? Habe ich sonst noch was? Was verkauft werden muss? Restore Power, Cure Disease, Levitation, Resist Shock, Potion of Stamina, Cure Poison. Okay. Dann gehen wir nur in die Bank. Bezahlen das alles ein. So. Drei Stunden einmal warten. Warte mal. Dann nochmal zwölf Stunden. Okay. Aber kein Vengeance. Immer kein Vengeance. So. Uhrzeit. 21 Uhr. Dann nochmal resten. Jetzt können wir nochmal. Zwölf Stunden. Ach da. Ach da. Das sind jetzt nur die Banditen, sagen wir jetzt mal. Dann machen wir mal vielleicht hier aufs Haus. Vielleicht sind wir hier sicherer. Wenn wir hier resten. So. Machen wir nochmal 10 Stunden raus. Okay. Wo sind die Feinde? Hä? Nachtklinge. Kann ich sonst nichts mitnehmen? Okay. Was sagt die Uhr? Okay. Dann machen wir jetzt. 9 Stunden. Ah. Jetzt ist wieder hell. Toll. An dem komme ich jetzt gar nicht mehr ran. Kann ich hier eben wieder verkaufen gehen. Kann ich hier eben wieder verkaufen gehen. So. Hier. Nimm mal alles mit. Oh. Ich hätte die einlagern können. Ich depp. Komm hoch. Ah. Immerhin ist er noch da. Dann verkaufe ich den dort nochmal. Ja. Es ist schön, dass man vergisst, dass man auch einlagern kann. So. Dann habe ich hier nochmal Kräuter. So. Ach. Hier haben wir ja nix. So. Sonst habe ich glaube ich nix mehr. No. so. Was wollte ich jetzt? Bank. Bank. Da. Dann können wir hier eben alles wieder einzahlen. Dann haben wir 20.000 wieder immerhin. 2. 0. 0. 8. 4. 9. So. Dann machen wir hier jetzt ein Save Game. Um ganz sicher zu sein. Um ganz sicher zu sein. Und fahren jetzt nach Orsinium. So. So. Ja. Jetzt brauchen wir wirklich jagen. Da haben wir schon. Okay. Dann fahren wir da hin. Hier müsste es Menschen geben. Ah. Und wir sind auch so oder so schon Werwolf. Muss ich aber. Oder warte. Ja. Hier gibt's. ein paar werden. Da haben wir schon eine. So. Room. Eine Nacht. Dann resten wir hier mal. 24 Stunden. So. Dann können wir hier jetzt auch. Spellburg. Eukantropie erstmal wegmachen. Ach. Wir haben hier ganz oben das Zimmer bekommen. Wo ist denn der Ausgang? Da oder? Ne. Das. So. Gibt's schon Menschen hier unterwegs? Müsste es doch gleich geben. Müsste es doch gleich geben. Ne. Achso. Wir müssen. Egal. Wir machen das gleich. So. Da sind Menschen. Ein. Only because once per day. Toll. Dann nochmal. Zwölf Stunden. so wären wir unten in der nacht wahrscheinlich angegriffen hätte ich jetzt nicht draus machen sollen aber schau mal kann ich jetzt machen nein kann ich nicht dann läutern wir hier nochmal für zwölf stunden wie sieht es das jetzt aus so dann müsste es jetzt gleich menschen geben da haben wir schon beute gefunden einer hat gereicht die setzen wir wieder auf und dann würde ich sagen reisen wir jetzt richtig nach osinium ne das nicht hier dann schauen wir mal ob wir jetzt mit dem dude hier vielleicht quatschen können so was mit dir vor lort ich habe eine tipp und mehr gelesen also du kletterst da hoch ja gut ok da haben wir nix hier könnten wir trotzdem mal vielleicht mal schnuppern gehen so einmal alles aber rausnehmen ist auch viel stuff so dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer max deus und tschau ich bin's euer max ich bin's euer max ich bin's euer max Untertitelung des ZDF, 2020